Was geht? Noah von Template wieder hier und heute schließen wir an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Komplette Vocal Processing fertig gemacht, jetzt geht's an die parallele Bearbeitung, also Send-Effekte, darunter auch parallele Kompression, aber natürlich auch Reverb, Delay und diese ganzen Geschichten. Viel Spaß! Vor den richtigen Effekten wie Reverb, Delay und so, ist hier noch parallele Kompression drin, die kann ich auch jedem empfehlen. Also wir schicken die Vocal an einen anderen Kanal hier, da ist ein Kompressor drauf, der sehr, sehr doll arbeitet. Da ist nochmal so ein bisschen rausgecurved, was nicht mit drin sein soll. Wir können ja auch einmal reinhören, vielleicht mal ohne den Beat. Am Ende war es jetzt natürlich völlig übertrieben, aber das gibt dem Signal nochmal untenrum so eine gewisse Kraft, ohne irgendwie boomy und zu low-end-lastig zu klingen. Mit demselben Routing-Prinzip, also über diese Busse, Aux, Send-Effekt-Channel, Send-Return, wie auch immer sie heißen, machen wir jetzt die Reverbs auch dazu. Je nach Song benutze ich unterschiedlich viele Reverbs und Delays. Das hier ist jetzt eine Mixing-Session, die ich bekommen habe, also es ist gar nicht genau mein Routing, aber es ist vom Prinzip das Gleiche. Hier ist nur ein Reverb, der aktiv genutzt wird. Es gibt noch auf den Ad-Libs zum Beispiel einzelne Reverbs, die dann insertiert wurden. Hier ist der nach Lehrbuch korrekte Weg über den Send. Der Reverb ist so eingestellt, zwischen drei und vier Sekunden würde ich dir mal empfehlen. Pre-Delay, je nach Songtempo und Stil entscheidend, weil durch das Pre-Delay könnt ihr so ein bisschen dreidimensional entscheiden, wo die Stimme sitzen soll. Ein kurzes Pre-Delay macht die Stimme weiter nach hinten, das sind psychoakustische Effekte. Und ein langes Pre-Delay lässt die Stimme weiter nach vorne kommen, weil ihr erst den Direktschall hört und dann den Reverb später. Ich stelle es euch so vor, wie ihr steht direkt vor jemandem in der Kirche, dann ist das Pre-Delay sehr hoch, weil ihr hört den, der vor euch redet und dann kommt irgendwann der Schall von den Wänden. Wenn das Pre-Delay sehr niedrig ist, heißt es, Direktschall und Schall kommen sehr gleich von Zeitfaktor her. Das heißt, jemand steht ganz weit hinten in der Kirche, redet und ihr hört irgendwie Direktschall und den Schall von den Wänden, die Reflexion zu einem ähnlichen Zeitpunkt. So könnt ihr psychoakustisch euren Mix dreidimensional besser gestalten. Ganz, ganz wichtig ist, zu cutten, also hier ist es schon sehr doll gecuttet, aber so ab 300 Hertz würde ich wirklich alles abschneiden, weil das macht einfach nur euren Mix muddy. Hier nochmal in den Höhen ein bisschen unterstützend rausgenommen, weil S-Laut und sowas wollen wir auch nicht. Man kann auch alternativen De-Esser noch hier vorschalten, mache ich auch oft, wenn der Reverb trotzdem crispy sein soll, aber keine S-Laute drin. Also wichtig, merkt euch, immer schön cutten. Wir hören einmal rein, dem Reverb. So, beim Delay gehen wir nach dem gleichen Prinzip. Schön rauscutten, weil alles andere macht es muddy und dann je nach Geschmack natürlich den Soundform, auch mit Distortion, irgendwie mit Phasern, Chorus, das könnt ihr alles da mal raufpacken und ausprobieren. Das ist jetzt ein Viertel-Ping-Pong-Delay, das heißt, es geht von rechts nach links. Könnt ihr auch andere Tempi benutzen, andere Notenwerte versuchen. Das ist natürlich sehr stilabhängig. Beim H-Delay immer zu empfehlen, diesen Analog-Knopf runterzudrehen. Das ist so ein Emulationsding, aber das rauscht ultra, wenn es hier auf 1 bis 4 ist. Und im Mastering kommt das dann hoch. Sehr, sehr unangenehm, wenn man die Erfahrung macht. Deswegen lasst das auf Off oder stellt das auf Off. Besonders an dem D-Delay hier ist es ein dynamisches Delay. Das heißt, wenn die Stimme spielt, also wirklich die Main Vocal, dann hört man das Delay nicht und es kommt erst wieder hoch, wird erst wieder hörbar, wenn die Stimme aufhört. Das macht man über einen Sidechain-Input. Das heißt, die Stimme hier oben wird in einen Bus geschickt. Das ist in dem Fall Bus 1. Kompressor hier wählt man an Bus 1 als Sidechain-Input aus. Dann muss man noch einstellen, dass der auch genommen wird. Also extern hier, Sidechain. Und jetzt stellt ihr die Threshold ganz toll runter. Ratio relativ hoch. Attack, Release sehr fast. Dann könnt ihr mit dem Hold hier noch spielen, dass der nicht wirklich immer, wenn eine ganz kurze Lücke in den Main Vocals ist, hochkommt. Und wir hören mal rein ohne den Reverb. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komm nie wieder raus hier. Ja, ja, ich komm nie wieder raus hier. Ja, ich glaub ich brauch... Ist ein sehr cooles Prinzip, um euren Mix nicht irgendwie matschig zu machen und die Verständlichkeit zu bewahren. So, jetzt hören wir nochmal alles zusammen an mit dem Beat und einmal ohne den Beat. Fangen wir an ohne den Beat. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Und mit Beat. Langsam glaub ich, das ist keine Phase mehr. Gedanken, Lust zu lassen, fällt mir wirklich schwer. Ich komm nie wieder raus hier. Ja, ja, ich komm nie wieder raus hier. Ja, ich glaub ich brauch ne Pause. Hol mich raus aus meinem Kopf. Ganz egal wohin ich laufe. Komm nicht raus aus diesem Trott. Bitte lass mich los. Ich will endlich wieder fallen. Ja, ich weiß, ich steh mir selbst im Weg. Probleme würden groß. Ja, sie holen mich noch ein. Dafür ist es nie zu spät. Es ist viel zu viel passiert und ich kann nicht ignorieren. Wenn euch das irgendwie geholfen hat, sagt gerne mal in den Kommentaren Bescheid. Schreibt uns auch, was für ne Chain ihr so benutzt. Also nicht nur von den Plugins her, sondern auch vom Workflow generell. Sagt auch Bescheid, ob ihr Bock habt. Die ganzen anderen Spuren, also Mains, Harmonies, Adlibs. Hier sind noch so viele Sachen eigentlich in diesem Projekt, die das Ganze erst zu einem geilen Song machen. Wenn wir da auch mal was zeigen sollen. Für den Kurs wisst ihr Bescheid. Meldet euch. Checkt auch gerne unsere Website aus. Alles in der Bio. Ja, dann würde ich sagen, ansonsten bleib fleißig.